Mir hat es Spaß gemacht. Besonders das Schauspiel hat es Spaß gemacht. Also das Rollenspiel. Ja. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Vor allem alles hier, aber das gutste fand ich das mit dem Fahrrad. Ok, ok. Ab vor hast du schon was gehabt? Ja. Ja, ok. Wir haben jetzt auch mega Spaß gemacht. Vor allem die Rollen hier. Und das Fahrrad hat auch ziemlich Spaß gemacht. Und mal was Neues zu erfahren. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das hat mir auch sehr gefallen. Wir sind hier bei diesem Schauspiel sehr schnell pleite geworden. Und es war auch interessant. Mir hat es auch ganz gut gefallen. Vor allem mit dem Fahrrad. Mit den Modellen. Und vor allem mit der Elektrik. Das hat mir sehr gefallen. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und am Schluss das Rollenspiel hat mir sehr gut gefallen. Mir hat es auch gut gefallen. Das Rollenspiel war cool. Mit dem Bauer, wo ich verschiedene Sachen kaufen müsste. Ja, das Fahrrad war cool. Allgemein ist es cool. Also es wäre schön, wenn es erstens drin ist. Sollten wir das wiederholen? Ja. Und war der mit uns auch zufrieden? Herr Frieder muss kurz Fahrrad fahren. Ja klar. Ich wollte es mit allen ausspricht. Mit allen an. Das habe ich schon vor... Ja.